Stadtpolizei Zürich Zürich, den 2. Juli 1919 In Sachen Stadtpolizei Zürich gegen Hugo Ball und Hennings Emma geborene Kurzen, vermutlich in Bern. Betreffend gefährliche Ausländer Beilagen der Revolutionär An das Kriminalkommissariat Zürich Vor einigen Tagen wurde mir von Wirt Furrer zum Café Terras Zürich 1 die beiliegende Nummer der Revolutionär übergeben mit dem Bemerken, die Zeitung sei hier zum Auflegen abgegeben worden. Er lasse sie aber nicht auflegen und überlasse sie mir. Ich sah mir diese an und bemerkte unter den Namen der Schriftsteller zwei mir Bekannte Hugo Ball und Editha von Münchhausen Ein Konkubinatspaar, das sich im Jahre 1915 in Zürich unliebsam Ein mächtiger Raum, dessen ganzes Möbeljahr in einem dürftigen Lager einem Ecktisch, einer primitiven Waschvorrichtung, ein paar unterschiedlichen Sitzgelegenheiten Hugo Ball ist vom Bezirksgericht Zürich wegen wiederholten wissentlichen Gebrauches eines auf einen anderen Namen lautenden Ausweispapiers zu einer Woche Gefängnis verurteilt worden. Ein wüstes Durcheinander von Abfällen, Papieren, Kleider, Ähnliches verurteilt worden. Artikel 68, 45 Ball Hugo, Schriftsteller von Pirmasens, Bayern Geboren 23. Februar 1886 hatte sich mir gegenüber als Höchster John Kunstmaler von Hannover ganz ihr Interesse Ich werde schreiben Frau Emmy H. ist gezwungen gewesen die halben Nächte durch Aufführungen und Liedersingen ihr Brot zu verdienen und ist dadurch so erschöpft, dass sie gar nicht mehr weiter kann möchte aber so gern gesund werden und ich bitte Sie, Herr Doktor, ihr zu helfen, wie Sie mir geholfen haben Er hatte seine Fotografie in dem Pass Höchster geklebt Er lebte damals mit Frau Hennings, Emmy geborene Korzen von Flensburg-Holstein Schriftstellerin und Dingeltangelsängerin geboren 17. Januar 1885 Einsam irre ich durch die Nächte und denke an dich Manchmal sehe ich einen Mantel, der deinem gleicht Dann rufe ich dich leise beim Namen Mein Herz steht still vor Trauer Müde lehne ich mich an die Mauer und schliesse die Augen Langsam rinnen viele Tränen zur Erde Die Welt bleibt weit zurück Ich wehe durch weisse Wolken in offene Arme Ein Rosenregen fällt mir nach und kühlt meine kranken Augen Alles ist so weiss und zack Das Konkubinatspaar lebte, weil niemand arbeitete in grosser Armut Von Dr. Bruttbacher, in Zürich bekannter Anarchist, erhielten sie Unterstützung Was ist das? Sie gaben ihn auch als Referent Das kann nicht stimmen Das ist ein Irrtum, das muss ein Irrtum sein Wohin wird mich dieser Herr führen? Ich bekomme keine Antwort auf meine Frage Oder doch? Machen sie keine Umstände Sie sind wegen Fluchtverdachts verhaftet Mitternacht, ca. 20. September 1915 Machte die Hennings einen Selbstmordversuch Indem sie mit der Schere die Schlagader am Arme öffnete Sie begab sich aber bald in ärztliche Behandlung Und nahm keinen Nachteil Hermann Hesse an Max Thomann Lieber Freund Thomann Über die Familie Hennings und Ball kann man nur sprechen, wenn man sie kennt Sie müssen Frau Ball kennenlernen Und dann wird sich rasch zeigen, ob sie etwas für sie tun können Leicht ist das nämlich nicht Sie werden sehen, dass Frau Emmi ein Kind aus einem Kindermärchen ist Im Märchen ist sie eine Fee und Zauberin Im realen Leben aber ein armer Tropf Der nicht rechnen kann Und den viele für verrückt halten Ein solches Leben lässt sich nicht rationalisieren Sie habe dann ihre Papiere in Bezug auf Alter gefälscht Und sei so über die Grenze gekommen Und wenn sie sich zum Glück haben Was, dass ich über die Kritiker anbremiere dich Vielen Dank.